Kuck mal an! Check! Guck mal was ist da drin? Lothar werfen hier! Hier ist das Kindchen! Jäger, Jäger! Jäger! Jäger, Jäger! 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 Lothar, wer von hier? Wie ist das denn? Ich bin ein Mädchen. Ich bin ein Mädchen. Ich bin ein Mädchen. Na, wo ist denn? Ja. Sieger. Da hängt doch dran, da geht's schon krass. Wem musste das zeigen? Zwischen Silbernöchter und Marmelade? Ja. Einmal, wie ist die Zeit lang? Ja. Ach, ist doch aufhören. Ja. Das ist ein ganz Fauler. Und der kommt direkt nach mir. Das kann man so sagen, ja? Nun kannst du kommen zum Frusten. Das hättest du so... So am liebsten viel. Das ist ja... Die geht nur auf den Senkel. Jetzt rieke? Ne, eine Wespe. Jetzt... Passiert wenigstens was. Passiert wenigstens was. Echt? Die hat's wirklich. Jetzt muss was passieren. Das ist ja gut. Das passt nicht an. Das passt nicht an. Das passt kaputt. Das passt kaputt. Das passt nicht an. Das passt kaputt. Das passt nicht an. Vielen Dank.